ja lasse starten von meiner seite aus da hat jetzt noch gut zwei stündchen so die verbrennungsrate wo stehst du da ich stehe immer hier vorne ich wusste mich auch kann orientieren ich schaffe ein feuerwehrwagen indem du einen mitruf zentrale anruf der feuer links und einfach der wache steht okay rufen wir mal bitte die feuerwehr wo hat man eigentlich das wahlfeld die nummern du musst umrecht kein weil das war dann notfalldienst nicht weil die kontakten ja ich habe mich an die kamel werden muss nicht schön schön miss baker pegasus ron simian tom konnors wenn die jungen ich habe hier keinen ich habe agent 14 assistenten brucey kapitän dom und notfalldienst und dann gerät erst aber ich rufe sie noch mal alles gut ich rufe schon an mir dran warum warum keine ahnung ich rufe feuerwehr müsste eigentlich jetzt kommen ansonsten also hast du da unten weiße punkte und kommt da nicht egal wir fahren jetzt einfach dorthin und holst den politischen feuerwehrwagen ja da wir und ich habe jetzt auch gerufen ich müsste sie kommen aber letztendlich ist es mir auch egal ich bin mal hier spannend was wir jetzt hier machen müssen da steht doch einer da kommen sie doch eigentlich schon so die frage ist aber alle mit dem feuerwehrwagen fahren müssen ich fahre ich fahre jetzt ich der das ist hier hinter der in der garage wir haben doch ein so egal wir haben einen so vollkommen wusst ich gehe davon aus aber nicht begibt dich zum terminal okay dann fahre ich frage mein auto daher okay da kommt sie übrigens dass die feuerwehr ich gerufen hatte was machst du ich bin ich bin falsch rumgefahren ja weil ihr geschossen da wurde gerade das karte da kam auf mein zug ja kein kostenlose wäscher doch nebenbei ich habe doch jetzt kein ziel weil ich vom auto hinterher fahre aber ich fahre euch einfach nur hinterher ich könnte euch nur die reife zerlegen schießen die feuerwehr sucht immer noch nach oben und vermeint ist ein brand wahrscheinlich oben rum da unten geht's im hafen lösche die feuer ich lege feuer ich höchst ja nicht ich bin nur heiß für eine sache du meinst du heiß auf eine sache mhm ach das ist nicht zum terminal du musst zum hafen hier oder ja hier oooohh alter ja die autos brennen hier alle warte fuck die pass auf die werfe hier mit molotov cocktails und so und scheiß durch die gegend warte du kommst nicht an die typen an ach so das sind unsere leute ich versuche die ganze zeit auf welche leute zu schießen und das sind unsere leute warte ich mach mal die double action revolver wieder so hier sind die feuer weg ja auch headshot headshot ballast du ähm baby ja ok hier ist feuer auch weg warte 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 nee da war ein scheiß tocken weg ähm dings im weg hier sind die feine hier sind die feine hier sind die feine noch 20 kopfschütze für die herausforderungen 19 ich glaube ich glaube ich zumindest noch jetzt haben wir noch autos vorne bin ich ja schon dabei euch da ein bisschen rückendeckung haben wir noch die hälfte fahrzeugzustand hier ja ich bin mit dran habt ihr fahrzeug leben oder was weiß nicht ob das das zu der zustand von den brennenden autos ist oder ich vermute dass es das war zu brennen autos sind so schaltet die übrigen gegner aus dem brennen gelöst ja sehr gut dann machen wir das doch ich muss halt ein bisschen darauf achten dass ich auch mit dem headshot ausschalte dass ich die so hier vorne sind alle tot geht also doch alle weg so was auch war es das ok 88.000 7.500 erfahrungspunkte lohnt sich momentan ja ja auch hier wieder ein dickes like 10 kills diesmal habe ich ein paar mehr rausgeholt außer baby die übertreibt sie damit 21 kills wobei ich ja momentan wie gesagt die hat auf die headshots gehe mit dem david extra war ja und da nicht immer so sicher bin wie normal mit einem normalen g was willst du spielen mit der mama wir haben wir die haben wir schon gespielt gerade doch 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 das sind die autos aus dem polizeirevier ich habe jetzt hier gta heute 2 gedrückt ja ganz gesehen aber wie gesagt das sind die die haben wir mit dem wo wir die autos aus dem polizeirevier da holen müssen die drei oder vier die haben wir ziemlich am anfang mal gespielt ja 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 ja